Oh, Kinder, drei Uhr morgens. Oh, apropos Ramadan, da habe ich eine Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt so flüssig, wenn man so flüssig Nahrung isst? Darf man das? Weil man darf ja trinken, ne? Nachdem die Sonne untergegangen ist. Ne, warte mal, wie ist das? Nein! Oh mein Gott, ich weiß nicht. Oh, was ist denn am Topf, ne? Hey Gott, Adi, Gott, Adi. Hey, schief mich. Das ist einfach nicht fertig, weißt du, was ich meine? Du kannst nicht einfach gut spielen, Bro. Das geht nicht, Dicke. Darf ich an Ramadan das Lied von Jammu und Firat hören? Für einen Muslim ist das Lied innerhalb und auch außerhalb Ramadans Haram. Wie? Habe ich jemandem über deine Mutter ein falsches Wort verloren? So was macht man nicht. Aber jetzt kommt die Wahrheit von mir, von dir an. Das ist einfach nicht. Schüsse Schüsse Das ist ein слиm Flach SAb Es wird Zeit Rabatan steht vor der Tür und es wird Zeit Einen Monat Held zu werden Kipp die ganze Flakamaka in die Serien ab Sie will ficken aber ich möchte es ja chambers Jalal So für euch kein Mixer, damit ihr euch keinen Kopf fickt und wir sind ab jetzt halal unterwegs. Fürs Protokoll, es war nicht mein Wodka, von daher juckt mich das auch nicht, was damit passiert. Inshallah ihr seid alle wach und seid ihr fit überhaupt? Seid ihr überhaupt fit? Tekbir! Allah Akbar! Tekbir! Allah Akbar! Tekbir! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Ihr seid wach, Alhamdulillah! Ja, ich weiß was random ist, Digga, aber was meinst du mit random, Digga? Was hab ich denn... Digga, was meinst du...